Was geht Leute, Crazy is back mit einem neuen Video im Gepäck. So schaut es aus. Willkommen zurück zu Battlefield. Oh cool, nicht einer getroffen. Wow. 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 Oh shit, das schaff ich doch niemals. Ah, what? Bremsen! Oh shit. Oh shit. Oh shit, unsere Dinger werden zerstört. Äh, nein. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Ich bin zum Fliegen nicht geboren. Jedenfalls nicht hier. Okay. Neues Einsatzziel. Der feindliche Jäger. Jäger, grüß mir die Sonne. Ja, ich habe jetzt auch gerade nochmal meine Einstellung umgestellt, aber ich merke gerade, ich muss sie wieder umstellen. Also so geht es gar nicht. Weil jetzt gebe ich mit dem linken Sticken Gas, lenke dabei auch noch und muss mit dem rechten Sticken hoch und runter. Ah, es ist alles nicht so einfach für mich, muss ich wirklich zugeben. Ah, wuhu. Oh, what? Der hat mich... Diese dumme Drecksau, der hat mich... Komm, reparier dich, reparier dich. Wow. Ich muss mich erst mal selbst reparieren, Leute. Kommt mal drauf klar, ey. Ah, Leute, ich muss... Das geht gerade nicht. Ich muss nochmal ganz kurz... Sorry, dass ich jetzt hier untersprechen muss. Unterbrechen muss. Halt. Äh, wir müssen das hier wieder auf Standard setzen. Okay. Okay. So, here we go. Ah, du dumme Mistmale. Gut. Machen wir noch einen da. Shit. Das schaffen wir doch wieder nicht. Gut. Motherfucker. Oh. Auch den haben wir. Oh shit, jetzt werde ich schon wieder hier im ganz schönen Maß genommen. Oh. Kommt, Leute, bombt das Ding ab, Alter. Ich hab keinen Bock mehr hier. Woo. Haben wir. Haben wir. Nice. der vogel war hinüber er hatte seine nase ins niemandsland geburt einige hundert meter von der stelle entfernt wo ich gelandet war okay wir sind nicht mehr im flugzeug das gefällt mir weil wie ihr gesehen habt fliegen ist hier bis jetzt nicht so wirklich mein ding ich komme darauf nicht klar aber jetzt genug davon hier wie grau köder aufheben ja ich habe keine waffen schnappt ihr die schaufel jetzt bretter ihm ein über schnell hier verstecken so ich hoffe ich habe das fernglas noch dass ich hier mal schön lucky lucky machen kann kann man die ausmachen okay es brennt aber schon mal nicht das hätte ich glaube ich nicht machen sollen er läuft dahinter lang oder was ich fasse es ja nicht nö denn schnappen wir uns doch mal den collagen ja das sagst du schlafzimmerfenstern die details tun nichts zur sache sobald die deutschen erledigt waren setzte ich meine fähigkeiten ein und machte mich auf den weg nach westen zur britischen front geräuschlos wie eine streunende katze ja nee ist klar mal gucken wie geräuschlos ich bin da habe ich denn mein ich habe kein fernglas okay das ist natürlich mieses das ist ja doof dass ich wirklich kein fernglas habe um mir die gegner zu markieren you know what i mean ne geht nicht ja geortete gegner werden auf dem bildschirm dauerhaft angezeigt ja i know nur ohne fernglas ist schwer zu orten was ah ach so so kann ich allgemein ah okay mit rb nur kurz antippen dann markiere ich die gegner das kann ich mir dann auch schon mal für den multiplayer merken sehr nice sehr nice halt ist das auch einer ne oder ne scheint nicht so dann wollen wir mal gucken ob wir den hier anschleichen können er steht mit dem gesicht zum feuer ne ja sonst sehe ich hier keinen ich werde jetzt einfach mal hinschleichen und dem mal eins überbraten oh da war eine handgranate beziehungsweise ähm panzerabwehrgranate oh ne ein handbeil oh 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 okay oh mit schalldämpfer i love you i love you oh nur 10 schuss ne das ist natürlich heavy 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 ähm wir gucken mal ob hier im gebäude noch irgendwas rum kreucht und fleucht man kann ja auch wie gesagt auch sein dass ich hier noch ein paar collectibles mitnehmen kann eventuell so mach mal auf mach mal wieder zu okay okay hier ist nichts gar nichts what the fuck dann schleiche ich mich hier schon extra durch die häuser und wie sie sehen sehen sie nix sind auch nochmal zwei hm hm okay mein glückstag hä die Brücken hatten sich offenbar zur Tee und Gebäck zusammengesetzt anstatt die Deutschen zu behaken trotzdem musste ich es bis zu unserer Seite der Front schaffen bevor die Geschütze wieder das Feuer eröffneten das heißt ich bin jetzt hier noch auf Zeitdruck oder was no das wäre gänzlich unschön hier ist nichts okay hey so okay das heißt wir gehen jetzt hier nochmal raus Zielort ist da in die Richtung hm hm sind nur die beiden? I hope so hey was die sind alarmiert never ever never ever komm ah what der war doch nur hinterm Busch du hast meine Waffe die ich jetzt brauche gut wobei der Karabiner ist gar nicht mal schlecht ne ja auch nur 5 Schuss äh äh 14 Schuss noch hm egal wir behalten den erstmal ok es ist unschön dass ich mit der mit der ähm ähm mit dem Schalldämpfer also mit der Pistole hier nur 8 Schuss habe so alles oh ich dachte nö jetzt bin ich in Sicherheit hier das ganze Haus ist auf haha ja du hey buddy ach da kommt schon der nächste ok sonst sehe ich hier keinen dann of course WAS du siehst gar nichts mehr oh shit wo waren die nächsten da der hat mich gar nicht bemerkt äh sehr gut ich verspreche dir ein here we go ah haha love it alright haben wir das jetzt können wir wieder back in action ok ich höre auf jeden Fall schon mal keine Stimmen mehr außer meine eigene ok da habe ich doch noch eine gehört hm oh wir haben was gefunden nice Feldern Bücher her damit das ist gut ok ok sonst nix gar nix gut ok sonst nix sonst nix schade dass man die hier nicht betätigen kann ne haha das wäre natürlich sehr sehr schön einmal ratzifazi und alles platzi ok so god damn wo muss ich ihn lang da lang ja gut das heißt ich gucke mir jetzt hier nochmal auf der Seite ein bisschen um ähm ich hoffe das ist jetzt nicht allzu schlimm für euch wenn ich hier einfach nur ein bisschen rumschleiche und äh Sachen suche aber das gehört natürlich dazu nicht wahr oh kann man die öffnen nö das wäre doch mal eine richtig schöne Schatzkiste doch aber nope heute nicht voll zerstört hier ok da brauche ich nicht weiter gucken da geht es auch nicht weiter äh so dann würde ich sagen let's do this und äh wir gehen jetzt mal weiter wo war der weg äh der war doch hier irgendwo ne oder ach da nehmen wir diesen solange duck dich vor allem ist äh die dinger sind schon wieder da die haben wir doch eben gerade alle abgeknallt ne oder was oder wie ha ok 2 da sind 2 ich hab noch 3 mit der Schali hm das ist die Frage wo gehen wir zuerst hin oder die andere Frage wo sieht mich keiner wenn ich jetzt hier lang latsche hm ich höre hier Stimmen was kotzt er denn darum haha haha warum hat der denn ge hä warum ist der denn jetzt so abgegangen hm oh ich hab'n Erfolg äh jetzt wird's persönlich neutralisiere 10 Gegner während der Kampagne im Nahkampf oh der kommt der der Erfolg kommt aber spät haha das sollte jetzt aber keiner mitbekommen haben ich hoffe so ich hoffe so jetzt hab' ich aber auch nur noch einen Schuss mit der kleinen hier das ist äh unschön das ist wahrlich unschön was ist das hier graben ach I don't know ich würde gerne Munition für diese Knarre haben das wäre doch oh 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 wir bekommen Besuch haha haha oh shit ok Waffenwechsel jetzt bleibt mir nichts anderes übrig aber es kommen beide runter ich fass' es ja nicht ok wir gehen mal kurz woanders lang haha oh shit hey wo sind denn hier fehlen welche ist das der eine hier? ok let's do this das ist hier der Alarm ne? ha ne sowas brauche ich nicht ich möchte gerne schallgedämpfte Waffe haben oh Granaten Granaten nehme ich auch gern hey oh geil gut ok ist jetzt natürlich das Problem dass ich jetzt eigentlich nicht mehr leise agieren kann außer mit Nahkampf ne? hm ist immer noch weiter geradeaus mehr oder minder äh oh 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 nun komm mal ran hier auf den Zentimeter mein Judester ich hoffe es kommt jetzt kein anderer irgendwie von der Ecke oder so na los komm sieh dir das an sieh dir das an gut gut haben wir hahaha das macht Laune bis jetzt obwohl ich ja eigentlich auch nicht so der Typ bin fürs Schleichen ich bin ja eigentlich mehr der Typ für Rambo spielen oh oh huh ich dachte der verrät mich jetzt schon oh 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 das ist ein Flaming Man hm den würde ich aber am liebsten ganz schnell platt machen komm 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 schneller 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 bevor wir an der Ecke sind ok hier we go nice was wir schießen jetzt schon what hey buddy oh oh kommt jetzt hier einer lang ne da hinten blinkt er auch oh what the fuck hm und dieses Geschrei macht mich langsam oder ab und zu hier so ein bisschen äh äh oder bringt mich ein bisschen durcheinander ich denke immer da kommt hinter hinter mir einer angelaufen aber das sind nur die Leute die geschlachtet werden ich hoffe hinter mir kommt jetzt keiner bitte 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 Nullus guck dir das an Digga hopp hopp na komm beweg dich beweg dich beweg dich gut ah ok man das ist irgendwie auch schon ein bisschen labyrinth mäßig hier ne ich bin gar nichts ich hab mich gar nicht gesehen ok alright ein dutzend deutsche MGs in meinem Rücken veranlasst mich dazu den Kopf einzuziehen das Niemandsland war ein Labyrinth aus Stachelgrad Leichen und Trümmern aber ich hielt wild entschlossen meinen Kurs aha was bleibt uns auch anderes übrig nicht wahr ich hoffe ich lauf richtig aber es scheint ja scheint gut zu sein hier ist das Ziel hier wir go wuuu hat irgendetwas den Absturz überstanden dass ich gebrauchen konnte hier hier die 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 her Das tut mir leid, aber du wolltest mich in einen Stück zurückbringen. Jetzt sei doch leise. Oh, die Orden. Wir wollen Held sein. Ich bin kein Held. Aber du hast mir dein Wort gegeben. Dein verdammtes Wort. Entweder du bist ein anständiger Kern und hilfst mir, oder du bist ein verlogener Waster, der mich verdammt nochmal erlöst. Also, was ist jetzt? Leg die Karte auf den Tisch, Blackburn. Du bist nicht George Riker, was? Sohn ist Kip, Neuerl of Windsor. Für wie naiv hältst du mich? Okay, haben wir abgehend. Oh, ne. Jetzt darf ich auch noch Eskorte geben, ja? Das ist natürlich heftig, ey. Ja, da haben sie mir natürlich gerade den Tipp gegeben, während ich ihn jetzt trage, habe ich natürlich keine Waffen, das ist klar. Aber wenn sie mir mal den Tipp geben könnten, wie ich ihn ablegen kann, damit ich dann wieder rumballern kann, das haben sie natürlich jetzt nicht gesagt, ne? Okay, wir gehen rechts rum. Danach gehen wir links. Here we go. Hello, buddies. Welchen Suchscheinwerfer? Welchen Suchscheinwerfer? My goodness, of course. Wow. Wow. Fuck. Das ist natürlich wieder Brie... Oh, hey, buddy. Du bist doch unser. Ich hoffe, ich gehe den richtigen Weg, ey. Oh, oh. Oh, oh. Come, buddy, come, buddy, come, buddy, come. Dankeschön. Und jetzt von Deckung zu Deckung, ja? So, here we go. Komm, 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 komm. Komm, baby, komm, baby, baby, komm, komm. Okay. Got this. Ähm. Das Problem ist, man sieht hier den Lichtstrahl nicht wirklich, weil manchmal sieht es so aus, als wenn das der Mondschein wäre. Oh, da kommt der Lichtstrahl. Ja. Ich probiere es. Okay, doch jetzt einmal. Okay, man erkennt sie doch deutlich. Okay, alles klar. Das Problem ist jetzt, muss ich aber ein bisschen Kette geben, weil wenn der gleich zurückkommt, der Strahl, dann ist Feierabend hier, ne? Ich hoffe, er sieht mich hier nicht, der Strahl. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bitte, 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 bitte. Okay, easy. Wir sind gleich da. Woo. Wie, wir haben es schon geschafft? Nee. Ever, ever. Hey, Leute. Ich bin wieder back in town. What is up? Here we go. Woo. Woo. Das war's für heute. Der Kerl ist ein verdammter Held. Nein, er ist nichts dergleichen. Er ist ein Beträger, ein Dieb und ein Lügner. Und er wird für seine Verbrechen bezahlen. Das wirst du nicht machen. Das wirst du nicht machen. Geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, Hörstel. Und im Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Aber, danke. Zu mir, Wilson. Ich brauche einen Schützen. Hier drüben. Ich mach's. Rekom, lass mich helfen. Du verdienst es nicht zu fliegen. Wilson. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben. Oh, nicht schon wieder fliegen. Nee, ich will nicht fliegen. Bist du sicher, dass du dich aussetzen willst? Keine Chance. Okay, meine lieben Crazy Gamer. Ich werde jetzt hier... Oh mein Gott, ist das ein geiles Bild. Ich werde jetzt hier erstmal den Part beenden. Ich hoffe, er hat euch wieder ein wenig gefallen. Natürlich bin ich dabei, verdammt. Wenn ja, dann könnt ihr noch ein bisschen Craziness in Form von einem Daumen oder Kommentar hinterlassen. Wäre wirklich sehr, sehr crazy von euch. Und ja, schön, dass ihr hier wieder am Start gewesen seid. Ihr seid die Besten. Und ich würde sagen, stay crazy. So sieht es aus. Ich bin wieder raus. Ich bin wieder raus.